Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es heißt mal wieder DVD. Let me day light. Wir sind als Killer unterwegs und zwar ist Caleb, Todesbote, müssen uns ja mal trauen. Bleibt sogar stehen und ich treffe nicht. Oh, was ist das denn hier schon wieder für eine Runde? Help me. Die haben übrigens alle Blutpunkt Offerings geschmissen. Ich glaube, das ist eine SWF. Ich gehe stark davon aus zumindest. Die haben wirklich alle Blutpunkt Offerings mitgenommen. Oh, come on ey. Ich bin so ein Noob. Ich sollte einfach M1 spielen. Der hat eine Taschenlampe, ne, wenn er jetzt hier ist. Eigentlich ist es ja auch nicht verkehrt, wenn die auf der Seite die ganzen Gems machen. Ich geh mal rüber. Hier auf die Gems aufpassen. Ich bin so lost auf der Map. Dabei gibt es die Map schon ewig. Oh, was ist los? Warum bin ich so? Warum kriege ich es einfach nicht hin? Da ist er hinter am Stein. Naja, bleibt dahinter. Egal, die tiefe Kunde. Die gehen halt immer mindestens zu zweit an den Gems. Nicht mal das trifft! Ich treffe einfach gar nix! Oh, come on! 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 Ich bin der Rat durch mich durch. Bin zwar schlecht, aber nicht ganz schlecht. Manchmal ist hier noch Wunder. Doof. Oh. Oh, come on! Oh, come on! Oh, come on! Oh! Oh, wow! Oh! Oh. Ach so. Oh... Oh! Oh, oh! Oh... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin enttäuscht von mir selbst. Boah, ist das dein Ernst? Das trifft einfach alles nicht. Wir nehmen die Hooks, die wir kriegen können. Wenn es nicht viel ist. Das ist unglaublich. Es trifft einfach nix. Warum lade ich überhaupt noch nach? Ja. Man muss auch nach vorne gucken beim Laufen, Bill. Es hilft. Ungemein. Hier sind keine Arten. So, jetzt wird gleich der Jendort angehen. Ich glaube, er rennt mir immer absichtlich vor die Nase. Okay, das war anders abgeboten. Wollen wir jetzt ein bisschen böser werden? Ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe. Ich müsste ihn schnell aufhängen und zum Generator zurück, aber ich glaube, in der Zwischenzeit machen sie ihn an. Dann habe ich eigentlich Pop, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Hier ist nicht wieder rangegangen. Hätte er vielleicht lieber tun sollen. Die wollen mich natürlich jetzt wegziehen, aber das möchte ich nicht. Bleiben hier. Hier ist Verstecker. Die wollen mich wegziehen, das mache ich aber nicht mit. Und was mache ich? Ich renne dem hinterher. Wie so ein Trottel. Schade. Den Grabbing können fast. Ich weiß nicht, ob die das mit Absicht machen, dass sie mich jetzt hier noch ein bisschen spielen lassen. Oder... 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 Plötzlich ist einfach die Kodierung überlastet. I don't know. So, ich könnte mir vorstellen, die ziehen jetzt den am Hügel durch. Leute, ich lasse mich nicht von euch auf die andere Mapseite ziehen. Hier sind meine Generatoren. Ach, er ist selber gesprungen. Der Dude. Okay. Ja, die wissen halt jetzt, dass sie zusammen an den Generator müssen, sonst wird das nix. Ich fange an zu trollen. Das ist anscheinend noch nicht so eine leichte Runde, wie sie dachten. Haha. Ich kriege wenigstens noch ein paar Hooks. Das Problem ist, die sind halt zu viert. Ich bin alleine. Rüber oder später wird ein Generator angehen. Aber vielleicht kriegen wir ein Bild aus dem Spiel. Wo bist du? Sie könnten am Hügel den anziehen. Also sie haben sich geheilt. Die Kodierung überlastet. Was ist falsch, OBS? Aber hat er erzählt, ich habe meinen PC ja nicht mal angekommen heute. Weiß nicht, ob hier irgendwas kaputt gegangen ist. Tanata wäre jetzt nice. Ich habe sie alle verletzt. Jetzt schon wieder hochgeheilt, ey. Ich darf eigentlich nicht jagen. Hier ist wieder komplett runter. Den hatten sie fast an. Hinten sind Kratzspuren. Wir gehen jetzt dort hinter. Wiß nicht, was ist das? Und ich habe das? Wiß nicht. Wiß nicht. Wiß nicht. Wiß nicht. Ich bin jetzt mal zusammen. jagen, damit wir einen an Haken bekommen. Aber ich möchte nicht. Ich hab gelernt von vorhin, dass du einen Dead Hard hast. Bin ich drauf reingefallen? Ich hoffe, wir schaffen es an den Haken. Und an den Generator am Hügel. Oh mein Gott, der tuckert schon so sehr. Ist niemand. Ja, die waren hier. Ich hab Katsch-Spuren da oben. Ich bin hinten rum. Ich glaube, hier war der mit dem... Ach, der Adam. Mit dem Trenchcoat. Das ist die Frage, sind die beide hintergerannt? Oder ist einer hier geblieben? Oh, ich hätte nicht gedacht, dass die Runde noch so lange geht. Ich hatte quasi schon aufgegeben, mit dem vier Generatoren an waren. Oder zwei, drei. Das war für mich schon so ein... so ein Gefühl von das war's. Sie haben auch keinen Bock mehr. Selber schuld. Hier ist die Luke. Nice to know. Ah! 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 Hier sind keine Haken mehr an der Ecke, ne? Überall die Leute dran gestorben. Ach, hier. Hier sind Spuren. Du warst zur Luke, genau. du Arme. Du Arme. Leute, wir haben die alle noch gekriegt? What? Wie krass! Ich dachte schon, ich kann die Runde abschreiben. haben sie alle noch bekommen. Das ist halt richtig übel. Aber war das anstrengend oder war das anstrengend? ist das anstrengend? Es war unglaublich. Es war unglaublich. Wir können ihn wir können ihn melden. Das werde ich jetzt auch tun. Aber nach der Aufnahme. Ihr Lieben, habt noch einen schönen Abend oder Nachmittag oder Tag, wann auch immer ihr diese Folge guckt. Danke fürs Zuschauen und oh mein Gott, war das spannend und die Runde ging ultra lang. Bye-bye, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüssi! Tschüssi!